Oh Gott! Wenn du in dieser Zone bleibst, du bist aufgeflogen. Lad ihn als Fagazin! Mann, da waren zwei... ...gefahrgutbehälter um jeden Preis. Dominik, nein, das ist mein Spot. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von... Komm! Ich komme, Dominik! Hallo! Dominik, bist du ehrenlos! Oh! Mann, nein! Dominik! Oh, ja. Oh, ist das ein Squeez? Kniff! Flieg, flieg! Oh, schade. Hallo? Hä? What the fuck? Ich dachte... Ich dachte... Regel Nummer 1 in deinem Leben. Ich dachte... Regel Nummer 1 in deinem Leben. Ich weiß... Ich weiß... Die 90-Level ist ja diese komische Armee drum da. Ne? Ach so... Ja, ja, ja. Das ist ja genau wie die selten Denisse. So ein Zwilligen Denisse. Keine Ahnung... Hä? Das sieht so dumm aus. Wo habe ich das überhaupt? Hä? Soll ich mal einen anderen lassen? Okay, wir sind alle im Hangar in LSIA. Get die rest of the crew and get over there. Oh... Aua! Befuss! Es ist ein Jouter da. Hä? 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 Ouh! Heel! Hahahaha! Junge Haben wir ihn noch erwischt? Was? Egal, dann sauf ich mir einen Was? War er gut? Ja So was könnte man ja klippen, ne? Es wurde doch schon geleakt alles Hast du den Trailer nicht gesehen? Adrenalin Das ist halt das krasse Er hat einfach einen Desert Siegel Dabei kann er noch mal den Sneaky Modus gehen Der Leitender Gegner Der Erste am greifen Ich bin hier Hab Jäger, Hab Jäger! Sie haben einfach einen Ich hab's nicht zu schlappen Jetzt würde ich so einen Stuhl schieben Äh, 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 äh Das ist eine Frau, die gerade einen Diebfrog gibt. So, dann abgelegt. Hey. Ich habe mich versteckt, Dominik. Nein! Ey, wo findet er mich immer als Erstes? Ich Türke dort. Check that ass me. Geh da weg, Dominik. Man sieht mich nicht. Man sieht nicht den Arsch schicken. Ja, genau. Check that ass me. Check that ass me. Ey, weg von Kamera. Nein, nein, wenn du das tust, ne? Nein, nein. Denk nicht. Alter. Ich habe mich gerade fast ein Psych-Fresh. Ich habe einfach so die Spur gewichtet. Aber so, fast Furious-Style. Komm, salg doch. Jawoll. Junge. Junge. Der, hier, der übel Scheiße zum, hohen Truppzeug. Kille. Junge, das ist ja übelst kacke, dieses scheiß Ding. Hä? WTF? Was? Hast du das gerade gesehen? WTF?